So, nächstes Mal ist der Rundfunkerlöser. Peter Fassel-Modobuzzi war 1.000 pro Jahr 1980. Nummer 3. Alois Wunschu. Fertig gemacht. Endnisprojekt. Nummer 4. Clemens Fischer-Modobuzzi. Man sagt immer, dass er den ersten behalten braucht. Genau das ist er. Clemens Fischer. Peter Hein. Ebenfalls eine Tugani. 415 Kubik. Baujahr 1972. Mit seiner Tochter. Super. Axel Stramme. Axel Stramme, jetzt kommt er. In der Sonne. Roland. Baujahr 1954. 125 Kubik. Clemens. Clemens. 2007. Thomas Egerle. Silvia. Thomas Egerle. Baujahr 1930. Das ist wahrscheinlich nicht das ähnliche Teil. Viel Applaus. Das ist wahrscheinlich nicht das ähnliche Teil. Viel Applaus. Der Oliver Mülleitler. Für der NSU. Wer hat das wieder an? Dann kommt die Nummer 10. Martin. Martin. Berlin. Jetzt kommt der BMW. So, die Nummer 11. Roland Müller. NSU. Jetzt kommt der Jürgen Gell. Auf der BMW. Auf einer Art 188 PS. Für 1978. Einen Liter Kubik. 70 PS. Jürgen Gell. Mit seiner Tochter. Der Nummer 13. Olaf Jakobsen. Raukules. Vorjahr 19. 17. 165 Kubik. Olaf Jakobsen. Frau Raukules. Vorjahr 19. Frau Raukulesen. Du brauchst wenigstens ein bisschen. Nummer 10. Georg. Jawohl. Jetzt kommt der Jürgen Gell. Jawohl. Jetzt kommt der Jürgen Gell. Mit meiner Tochter. Super Gerold. Modell Florent. Nehmen Sie. So. Jetzt kommt der Frau. Du bist die erste Frau. Du bist die Heike. Heike Schmied. Und sie fährt noch einmal mit einer Sachs. Modell Phänomen Baujahr. 1955. Auf geht's. Hupra. 15 Kubik. Jetzt kommt die Heike Schmied. Hupra. Lönsau. 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 Jetzt kommt er noch 17. Das ist mal. Und da, warte. Bei einem. Eichel. Eichel. Hupra. Eichel. 1916. Jetzt kommt die Helle nach Schock mit der Giaccio und der Vespa nach 1976.50. Komm mit! Aua! Du kannst den Christoph Schön, BMW, 70-5, nach 1972. Tolles Monor, wunderbar. So, jetzt kommt die Runde. Und jetzt kommt die Lama. 65, SN-Hopper, 1972. 57 Kubik. Und PS. 50 PS. Wow! Tolles Monor. Der Vittorio. Modell F tempor, Baujahr. 1938. Gerade mal 100 Kubik. Auf geht's. Gerade die Rampe, die Rampe ist genau hoch gekommen. 2,5 PS Tobias Geiger Kurz Kumpi 2,5 PS 90er Aber mit Uwe Gert Schrobel 200 Kumpi Applaus 150 Kumpi 16 PS Oh my 1,1 PS Echtnische Sender Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.